Das ist eigentlich mein Todesurteil. Hast du da noch mal eine hingelegt, der Frech sagt, oder wie? Ja. Das Gute ist, ich weiß jetzt nie, ob ich es vielleicht doch bin. Es ist immer mehr anders. Stimmt. Ich bin nicht. Das ist klar. Klar, oh Gott. Bist du es? Ich weiß nicht. Ja, ich bin nicht. Bist du erst mal nichts zu machen? Bist du erst mal nichts zu machen? Ich verpiss mich ja gleich mal. Weil ich weiß ja, woraufhin du es abgesehen hast. Alltså. Bin ich erst mal im beschissensten Haus gelandet. Alles gut. Kennen wir ja schon. Der ist eigentlich nicht schlecht, den Jason, den ich hier hab. Ich bin den eigentlich auch okay. Der Sechser, der ist zwar langsam, aber der hat vier Fallen und acht Messer. Das ist schon nicht übel, ne? Ich glaube auch, dass dieser Speer, den er da hat, so eine größere Reichweite natürlich hat. Ja. Was auch nicht schlecht ist. Aber ich find so ein Türeinschlagen ist auch mal ein bisschen verwirrend. Ja, Türeinschlagen ist echt schlecht. Also ich hab's auch gerade versucht, ich brauchte fünf Versuche, um die Tür überhaupt zu treffen. Ja, siehst du. Du musst immer so ein bisschen rechts dran vorbeizielen. Wir haben ja gerade beschlossen, dass wir diesmal zusammenspielen. Und äh, hast du ja gesagt? Ich wüsste mich ja nicht mal, dass du Hara bist. Okay, ihr seid alle hier in dem Haus. Hä? Okay. Hehehehe, Wonder Woman. So ist das, wenn man immer nur denselben Trick macht. Da wird einem ruckzuck. Rucki zucki ist da der Kehlkopf weg. Gut, aber auch bist du gemein. Ist das ein, was wir sind? Okay. Yes. Yes. Kill for mother. Kill for everything. Nein, kill for mother. Nein, kill for mother. Ja, kill for mother. Also bisher hatte ich mich so viel Glück. Also Glück, dass ich mich tot bin. Ha, Mist! Das ist gruselig, wenn du noch dazu gehst. Es ist gruselig, wenn du noch dazu gehst. Das ist gruselig. Ich bin die Mutter. Ja, ich bin die Mutter. Das ist gruselig. Das ist gruselig. Das ist gruselig. Halt sie und schau sie bezig. Okay. So. Na gut, Tommy. Du hast das Spiel begonnen. So, wie viel leben denn hier noch? Oh nein, das ist doch hier wieder... Nee, es ist irgendwer anders. Du redest ja gar nicht mehr. Weil ich Angst habe. Und das natürlich auch zurecht. Was ist das denn? Hast du das? Ja. Ach, ja. Da ist noch jemand anders. Hier oben? Ja. Meine Güte, hast du da viele Fallen gemacht. Naja, das Auto ist ja fertig. Ach so. Echt? Also ich weiß es nicht. Das hintere sehe ich ja nicht. Hä? Nein, das ist nicht fertig. Äh, ärgerlich. Ach, Jason. Ach, ich hasse es, dass die Taste echt nicht gut ist. Tastulus Moirus. Und schon humpelt sie. Ach komm. Mit der Machete. Ach so, die hat meine Maske runtergeschlossen. Das ist natürlich ärgerlich. Da ist zu tun. Das ist mein Jason. Das ist mein spezielle, spezielle Junge. Ja, speziell. So speziell. Für dich, Mutter. Ach, Mist. Jason, mein Junge. Ich kann es nicht lassen. Ich will diese Kill-Animation haben. Nein, egal was sie dir tun. Du kannst nicht sterben. Du kannst nie sterben. Du kannst nie sterben. Nein! 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 Schade. Ich wollte es eigentlich zum Feuer tragen. Aber dann hatte ich Schiss, dass sie mir doch zwischen den Fingern hindurchrinnt. Und so. Bleiben nur noch zwei. Bleiben nur noch zwei. So unwünstig. Was ist denn da? Da ist ja gar nichts mehr. Ist ja oft schlecht. Die Vollpfosten haben mir einfach noch nichts gemacht. Ich hatte einfach nur Pech. Großes Pech. Ich sag dir, lass mich in Ruhe. Macht er natürlich nicht! Tolle Wurst. Warte mal, ich wusste nicht, dass du es bist. Und verschämt von dir. Ach du Scheiße, wo lauf ich denn hin? Keine Ahnung. Was du da wieder machst. Die Frage ist. Bist du schon wütend? Ich bin immer wütend. Auf Tommy Jarvis. Im kleinen Sack. Ich hab nichts zum Heilen. Ich hab keinen Waffe. Ich bin einfach nur arm und klein. Ah, das ist nicht gut. Nein. Okay, Tommy. Okay, Tommy. Tommy. Nooo! Ah shit! Oh nein, ich hab Stalken ausgestellt. Ich depp... So viele Tasten auf einmal gedrückt. Ich hatte einen super Plan. Und dann drücke ich mit meinem dicken, fetten Daumen so viele Tasten, dass Stalken aus ist. Mach doch Stalken. Ach, die Taste R1 geht nicht richtig. Das ist so nervig. Hä? Hast du gerade wieder irgendwas repariert, oder? Hast du gerade irgendwas repariert? Ach, ist er doch weiter weg, als ich dachte. Deiner Scheiß. Ach nee. Ich hab doch gesagt, ich hab nichts. Du blöder Sack, ich wollte extra vorbeigehen. Ich wollte gar nicht zu dir. Ich dachte, du bist Tommy. Ach so. Du hast mich angeworfen. Ich hab keine Heilung. Oh, gut zu wissen. Wo ist der Sack? Wo ist er denn? Ich will da auch hin, wo er ist. Hier. Lass es. Nein, das bin ich. Ach so. Lass es. Lass mich mal hier. Ach, ich verstehe es nicht. An meiner Tür vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, was dein Gift ist. Nichts, was sie dir tun tun, kannst du nicht sterben. Du kannst nie sterben. Ich weiß, ich will nicht sterben. Ich will ihn töten. Mist. Schlag doch. Oh, das ist... Das ist doch ein Schrott. Das ist doch einfach nur noch ein Witz. Warum geht das nicht? Fünf Minuten trete ich auf ihn ein und kann nicht, äh... Ich kann nicht erschlagen. Bitte, nein! Das geht einfach nicht. Ach. Das ist so nervig, wenn man auf... Ich hatte ihn in die Ecke eingeklemmt und er konnte nicht mehr entweichen und ich konnte aber auch nicht schlagen. Das ging einfach nicht. Ach ja, jetzt hat er sein blödes Heilungsteil genommen. Okay, das hat ja nun wirklich gar keinen Sinn, was ich hier mache. Ich muss natürlich auch wissen, wie viel Zeit noch ist. Was für ein Ziel verfolgst du eigentlich gerade? Äh, ich suche Heilung. Ich hoffe, dass irgendeiner von den Toten vielleicht nicht verloren hat. Ich sehe auch fast nichts mehr. Oh, ich könnte so kocken, dass der so langsam ist, dieser Jason. keine Chance, hier mal schnell reinzugehen und noch eine zu verpassen. Wenn wir mal wissen, wirst du das langsam ist, dann... Nein, benutzt doch das Messer! Oh, ist das nervig. In 15 Minuten braucht er eh, dass er das Messer wieder benutzen kann. Ach, das ist doch scheiße, ey. Ich hätte ihn so locker erwischt, dass er nicht ins Haus gehen kann. Jetzt ging's natürlich nicht. Mach's doch weg! Er ist ja hier schon längst nicht mehr drin. Ach, doch, da ist er. Oh, Jason! Schneller! Agieren! Was geht das wieder los? Ey, halbe Stunde drücken. Halbe Stunde passiert nix. Ich lache hier und rumpel einfach nur von einem Zimmer zum nächsten. Hilf mir! Bitte, hilf! Jetzt ist Schluss. Ja, ich muss leider den... Ah, hier oben sind ganz, ganz viele Killdinger. Hast du ihn gekillt? Ich weiß es nicht. Das ist mein spezieller, spezieller Junge. Ach, ich bin so aufgeregt. Ich will ihn immer so schnell kriegen. Das wird natürlich dann nix. So. Wo bist du denn? Ich suche immer noch Heilung. Hast du ihn gekillt? Ah ja, natürlich. Hm, ärgerlich. Du schiebst doch hier irgendwelche Fenster hin und her. Ich hör dich doch. Die Leute haben keine Lust mehr, haben das Spiel verlassen. Wo bist du denn zur Hölle? Es gibt doch langsam gar keine Möglichkeiten mehr. Ah, dann weiß ich, wo du bist. Ah! Da kommst du nicht mehr raus. Doch. Scheiße! Da hinten ist ja ein Fenster. Das hab ich völlig vergessen. Ja, aber ich kann mich nicht bewegen. Hallo. Du hast schon wieder irgendwas. Oh, du Enkel. Du hast noch ein Messer? Ja. Oh. Zwei Minuten, das gibt's nicht. Ich bin halb tot, verdammt nochmal. Jetzt komm ich nicht mal raus wegen des blöden Böllers. Hat hier nicht mal irgendeinen Scheiß-Trottel? Die haben auch alles verbraucht. Ich hab mich so ein bisschen durchgeschnetzelt. Oh Gott. Komm mal. Scheiße. Nein. Ich hab dich auch noch getroffen. Ich hab nicht mal was gesehen. Ich hab daneben gegriffen und dann hast du mir den Rücken geschlagen. Oh Gott, ich hab so Schiss. Lass es doch. Lass es doch. Lass es. Ich hab noch nie zu schlagen. Scheiße, bin ich tot. Die letzte Minute. Ich dachte schon, du hältst noch zwei, drei Schläge aus oder so. Oh, nee. Hallo, ich bin schon gehumpelt und du hast mich nochmal getroffen. Meine Güte. Das war sehr gut. Das war eine gute Runde. Die zwei, die gerade spielen, waren noch nicht mal geboren. Das könnte ich sein. Ja. Könnte es alles sein. Deswegen sag ich es ja. Hoffentlich bin ich es. Hat den Witz nicht verstanden. Auf denen war ich... Will ich auch mal wieder. Ich bin es schon wieder. Nein. Ich bin es schon wieder. Das ist krass. Make them remember, Nathan. Das ist echt gut. Okay. Same deal, ja? Same deal. Nein. Was? Wieso? Ich bin die Letzte. Du bist vielleicht das Letzte. Das ist unverschämt. Okay. Du bist doch schon wieder hier bei mir. So, die Erste hat schon gar keinen Bock mehr. Und zack. 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 Ich bin der Witz. Oh. Und die will mich hier direkt... Die will mich umbringen. Das sehe ich doch schon. Die hat Lust auf Beef. Die hat genau gewusst, wann meine Animation endet. Ja. Ach komm, du blöde Lampe. Okay. Wo bist denn du? Was machst denn du? Das ist doch schön, was willst du doch? Jason ist hier. Oh. Immer wenn ich traurig bin, töte ich einen. Also. Da hat sie ein Messer. Du weißt, was dein Geist ist. No matter what they do to you. You cannot die. You can never die. Muss er hin? Ist hier rein? Hä? Ach komm. Ich raff es nicht. Wieder ein Messer verschwendet für nix. Wo bist denn du? Ich höre das gar nicht, wenn die irgendwie mit dem Auto starten. Ich gucke dann drauf und dann sind die immer schon ewig weg. Du kannst nicht sterben. Du kannst nie sterben. Ach so. Ja. Super. Hä? Vor allem, wo ist das Auto? Die ist doch außerhalb der Map schon wieder. Oh. Die hält einfach so viel aus. Die versuchen mich zu holen, Jason. Stuck sie. Sie wollen noch mehr? Sie wollen dich von mir, Jason. Sie wollen nicht. Sie wollen nicht. Kahn? Wie ist er denn jetzt schon wieder? Das gibt es nicht. Wie fährt ihr aus? Mit einem Messer getroffen, mit einer Axt getroffen und dann mit in die Falle rein. Und jetzt habe ich sie nochmal getroffen. Ich meine, gut, sie hat sich geheilt bestimmt, aber trotzdem. Das ist doch einfach nur noch ein Witz. Ich raff das nicht. Ist bei euch ein Auto kaputt? Das Viersitzauto geht einfach nicht mehr. Ach so, dann ist er wahrscheinlich weg. Ich glaube, das hat einer in den See gefahren. Ich glaube, die will mich töten. Ich glaube, die will mich töten. Ach. Ach. Oh nein. Sag mal, ist mein... Hörst du mich noch? Ja. Es ist irgendwie hier gerade der Wurm drin. Irgendwie ist die Internetverbindung oder irgendwas ist gerade schlecht. Ja. Ich höre dich auch so ein bisschen kruschelig. Also Metall an er. Ja. Meine Güte. Was ist denn hier los? Das sind alle so dumm. Echt so strunzend eben. Irgendwie habe ich gerade keinen richtigen Plan, was ich machen kann. Ach Gott. Der Klassiker. Ach ja. Komm ey Jason. Die haut dir eine Mitte. Schrauben sie in den Sack. Das müsst ihr doch mal aushalten. Du bist doch nicht so... Ich habe mich so geil angeschnitten. Ich habe extra an der Ecke gelauert. Wer kann denn ahnen, dass du da bist? Ist das alles? Ist das alles? Ich habe alle aufgesch- Ja, da ist sie unten reingelatscht, aber ich habe sie dann nochmal aufgemacht. Ist unverständlich. Ich muss jetzt an ihr dranbleiben. Ihr geht auf den Sack. Ach, die hat bestimmt Highspray ohne Ende. Ich kann wieder nicht. Ach geil. Endlich. Die gehen mir auf den Sack. Alter. Und sogar den Schädel abgestroschen. Ach komm, echt jetzt? Hab ich dich erwischt? Oh. Ja, warum? Ich wurde rausgeworfen. Hä? Ich habe mich auf dem Balkon versteckt. Dann kam erst die Aufnahme, dass ich der Tommy werde. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich bin noch gar nicht gestorben. Und dann wurde ich rausgeworfen. Das war irgendein Fehler. Ja, hier war ja auch... Ich habe einen im... Du bist raus.